Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Eigentlich bin ich hier am Ansehen, aber der Jürgen ist noch in der Leitung glaube ich. Jürgen bist du noch dran? Jo, ich bin noch dran. Ah, gut. Ich habe nämlich auch noch eine Frage an dich und zwar bräuchte meine Sämaschine und eventuell auch der Xerion eine Wartung. Ja. Also ich weiß nicht, mein Onboard Instrument zeigt mir bei der Sämaschine 66%, das 8.67% an. Das wird schon kritisch, du. Das wird Zeit. Ja, der Albert, der hat da nicht so drauf geachtet, glaube ich. Ab 50% sagt man noch so, ja, okay, aber ab 66, also so ab 60, 70 sollte man schon langsam kommen. Ja eben, deshalb rufe ich an. Ja. Spreche ich mit dir. Äh, und der Xerion ist, sehe ich, bei 33, aber dem würde ich auch einen kleinen Service gönnen. Mhm. Der ist ja viele mal auf dem Feld unterwegs. Es ist nur so, dass gerade beides mit mir noch auf dem Einsatz ist beim Ansehen. Ja. Ähm. Ich würde dir das Zeug eventuell danach dann an den Hof stellen. Es sei denn, du wachtest bis nächste Woche, weil nächste Woche soll ich, habe ich einen Schreiben von der Firma bekommen, soll es wahrscheinlich so sein, dass ich nächste Woche einen Servicewagen bekomme, den ich testen kann. Okay. Und sonst könnte ich damit auch runterkommen. Ja, dann können sie gleich mal einen Feldeinsatz machen, das soll mir auch recht sein. Ja, weil der hat, äh, innen drin, den habe ich mir zusammenstellen lassen bei denen. Der hat innen drin eine Werkbank, alles drum und dran. Der hat, ähm, ja, Werbelogos auf den Seiten. Der hat alles. Also bist du dann lizenzierter Partner? Genau. Okay. Ja, passt. Wir haben dann sozusagen Vertrags, ähm, Reparateur für die Fahrzeuge. Ja. Okay, ne, passt auch. Weil dann kann ich hier in Ruhe, muss ich den Dreckel hier nicht abziehen. Aber bis nächste Woche, denke ich, wird das erhalten. Vor allem die Sehmaschine. Ich muss sowieso. Ich muss hier auf jeden Fall fertig anzählen. Ja. Ich weiß, was das Wetter macht. Ja. Okay. Dann würde ich nächste Woche mit dem Testwagen mal runterkommen. Gut, machen wir so. Okay. Ciao. Bis später. Tschüss. Ja, ist ja gut. Dann machen wir das so. Dann habe ich hier auch keinen Stress, dass ich jetzt schnell, schnell fertig mache. Sondern ich kann hier in Ruhe kurz voll, ähm, kurz voll fertig ansehen, hoffe ich, bevor ich los muss. Weil die Zeit wird auch knapp. Aber ich hoffe mal, dass es so noch sich ausgeht. Ich kann gerade peilen, ob ich hier ein bisschen mehr Arbeitsbreite ausnutzen kann. Ich finde, das ist immer beim Onboardfahren ganz interessant. Kannst du gucken. Also ich gucke immer jetzt gerade zwischen Kotflügel und A-Säule, dass ich da am alten Feldrand bin. Oder am bearbeiteten Feldrand. Aber ich glaube, ich könnte noch ein bisschen rausfahren. Aber ich glaube, ich könnte noch ein bisschen rausfahren. Gucken wir mal, dass dieser Draht, der da runter geht von der Sonnenblende, dass der am Feldrand ist. Ah, das ist schon ein bisschen zu weit. Also eher in die Mitte. Gut. 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 Ich muss mich beeilen. Ich habe noch ein paar Minuten, so eine halbe Stunde habe ich noch. Und dann sollte ich oben sein. Dann sollte ich mich auf den Weg machen. Der Neumann hat dann nämlich ein Event für morgen organisiert. Danach könnte ich... Ah, warte mal. Könnte ich doch gleich mal klären. Hallo, Herr Varuna. Hallo, Herr Lukas. Ja, du da, Herr Müller. Ich rufe Sie an, unter dich an, wegen Gemeinderat. Und zwar habe ich eine Anfrage gekriegt bezüglich genereller Subventionierung der Höfe. Sie erinnern sich, früher der Herr, wie hieß er denn, Reinhardt, hatte doch damals auf dem anderen Dingens... Der anderen Stadt, ja. Ja, hat man doch so eine generelle Subventionierung von zwei Schildern. Und da ist eben die Anfrage, ob wir das hier wieder einführen können. Richte ja prinzipiell nichts dagegen. Ja, deshalb. Ich wollte gerade mal bei dir abklopfen, ob du nach der... Also, wir haben ja nachher noch so einen Termin. Ich hätte nämlich auch noch was... Würden Sie dann den Herrn Neumann anrufen und das mit ihm klären, dass wir uns danach noch kurz zusammensetzen? Ja, ich weiß nur gerade nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt hier oben mit der Verkehrsführung. Ja, ich glaube, so muss ich rum. Ja, würde ich dann dem Herrn Neumann sagen, weil der ist ja auch schon hier oben. Ah, ja, okay. Und ich bin auf dem Feld. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig da bin. Aber ich habe noch zu verhalten. Ja, ich glaube, Sie müssen sich ein kleines bisschen beeilen, aber ich werde sagen, dass Sie... ...dass Sie ein... ...halbe Stunde habe ich eigentlich noch. Ach so, ja. Weil es sind schon recht viele da. Ja, die haben alle nichts zu tun. Ja, ich habe eigentlich auch nicht so viel zu tun. Ja, sehen Sie, ich muss sie ansehen. Nachher ist das Wetter schlecht und dann... Ja, stimmt man, die Aussage schon. Ich muss nur noch bei mir dünnen. Und ein bisschen hoch. Das sind tatsächlich schon alle oben. Der Herr Neumann, der Herr Trissler, der Herr Kordes und der Herr Richter. Ach so, ja, aber das ist ja... Ach so. Der Herr Trissler, der wohnt ja da oben. Ja. Okay, ich guck mal, dass ich mich beeile. Danke. Ja, tschüss. Tschüss. Das kleine Stück, ey, das sollte ich doch nur jetzt noch fertig kriegen, oder? Ja, fast schade drum. Wenn ich das jetzt so liegen lasse. Ja, aber man merkt es halt schon an der Sämaschine, dass die ein bisschen ausgelaugt ist. Der Jürgen hat ja gesagt, nächste Woche kommt er mit einem Servicefahrzeug vorbei. Dann läuft die bestimmt wieder runter. Dann werde ich mal überlegen, wie viel ein Xerienhof war. Der fährt ein bisschen schneller als der Johnny. Zweimal noch, dann sollte ich durch sein. Da, 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 da. So. Gut, geschafft. Die Stellen hier nochmal. So, kurz ein Bildchen machen. Dann koppeln wir das ganze Zeug hier mal ab. So, und ab auf die Straße. Ja, den wo man hat, weil nicht. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Inzwischen haben wir auch herausgefunden, dass die Polizeifahrzeuge mit dem Blaulicht die Ursache für die Lecks sind. Deshalb wird die Polizei erstmal ohne Blaulicht aktiv sein. Bis wir uns eventuell neue Fahrzeuge organisieren. So, jetzt kommt die Polizei. Zum Glück war hier jetzt gerade kein Blitzer. Oh, da kommen wir in unserem alten Fahrschulgelände vorbei. Das war ja eigentlich so ein... Warte mal, wollte der Herr... Achso, nee, das hat sie ja zerschlagen mit der Fahrstunde. Da der Herr Stefan Müller ja nicht mehr für die Polizei aktiv ist. Es waren noch Zeiten, ja, wo wir hier zu Hause waren im Wald. Ich weiß gar nicht, wie lange habe ich denn... Wie lange habe ich denn das Waldstück in Pacht? Waren das zwei Wochen? Müsste ich diese Woche unbedingt mal ranklotzen noch. Zumindest mal einen Anhänger mit Stämmen noch auf die Seite legen. Also diese Woche und nächste Woche. Oder war es nur eine Woche? Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir Jürgen nochmal fragen. Aber selbst hier haben sie einen Blitzer hingestellt. Also ob hier einer zu schnell fährt. Ich glaube, ich fahre bei Mehmet noch kurz vorbei. Holen wir noch was zu trinken. Oh Gott, da stehen sie rum. Hallo Mehmet. Oh, ich hätte gerne einen Rockstar. Ja, einen Punched, bitte. Drei Euro kostet es bei dir. Ja, bitteschön. Oh, das ist schön kalt. Danke. Tschüss. So, gut. Prosit zum Wohle. Ah. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, da geht gleich ein Feldweg rechts weg. So, liebe Leute. Ich bin gleich hier. Da, wo ich sein soll. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abbot und Kommentar da. Was hier gleich auf uns wartet. Das seht ihr in der Folge morgen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.